So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Bilanzrecht zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir waren in der letzten Stunde stehen geblieben beim Verhältnis zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz und hatten uns hier zunächst einmal als Ausgangspunkt den Maßgeblichkeitsgrundsatz angeschaut des Paragrafen 5 Absatz 1 Satz 1 ESCG. Das heißt also für die steuerliche Gewinnermittlung bei Gewerbetreibenden sind maßgeblich die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die GOB, die wir im vorherigen Abschnitt der Vorlesung besprochen haben. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von spezifisch steuerrechtlichen Abweichungen. Das heißt also, die Handelsbilanz kann nicht 1 zu 1 für die steuerliche Gewinnermittlung übernommen werden, sondern wird korrigiert um spezifisch handelsrechtliche Vorschriften. Wir haben uns weiter angeschaut den Begriff des Vermögensgegenstands auf der einen Seite, das ist der Begriff des Handelsbilanzrechts und den des Wirtschaftsguts auf der anderen Seite, auch hier im Ausgangspunkt nach dem Maßgeblichkeitsprinzip Übereinstimmung beider Begriffe, aber im Steuerrecht bestimmte Abweichungen beim Begriff des Wirtschaftsguts und zwar bei der Voraussetzung, der handelsbilanzrechtlichen Voraussetzung der Einzelveräußerbarkeit oder Einzelverwertbarkeit der betreffenden Position des Kaufmanns. Im Steuerrecht reicht es aus, wenn der betreffende Gegenstand, die betreffende Position zumindest zusammen mit dem Unternehmen verwertet werden kann, weil das schon die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen erhöht und daraus ergeben sich dann eine Reihe von Abweichungen in bestimmten Fällen. Das haben wir uns im Einzelnen angeschaut. Dann weiter dort, wo wir ein handelsrechtliches Aktivierungswahlrecht haben, wird daraus im Steuerrecht im Grundsatz eine Aktivierungspflicht wieder zu erklären aus dem Bestreben des Steuerrechts, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen vollständig zu erfassen. Wir hatten das am Beispiel des Disagio uns näher angeschaut und dort, wo wir ein handelsbilanzrechtliches Passivierungswahlrecht haben, haben wir steuerbilanzrechtlich grundsätzlich ein Passivierungsverbot. Auch das durch Artikel 3.1 Grundgesetz zu erklären. So, dann wollen wir uns heute noch anschauen, die zwei wichtige Fälle einer spezifisch steuerrechtlichen Rücklage, die den steuerlichen Gewinn mindert. Das sind also Rücklagen, die in der Handelsbilanz nicht auftauchen, sondern das sind spezifisch steuerrechtliche Vorschriften, die zu einer Abweichung der Steuerbilanz von der Handelsbilanz führen. Und hier ist zum einen zu nennen die ausdrücklich im Gesetz geregelte Reinvestitionsrücklage. § 6b Absatz 3 ESTG ist das. Da schauen wir einmal hinein. § 6b Absatz 3. Zunächst einmal § 6b Absatz 1 regelt die Möglichkeit der Übertragung stiller Reserven. Wir hatten ja schon im Zusammenhang mit dem Vorsichts-, mit dem Realisationsprinzip besprochen, dass sich durch eine Abweichung des Verkehrswerts oder im Steuerrecht spricht man von Teilwert und dem Buchwert von bestimmten Vermögensgegenständen oder Wirtschaftsgütern im Steuerrecht sogenannte stille Reserven ergeben können. Und diese stillen Reserven werden dann bei Veräußerung des betreffenden Vermögensgegenstands beziehungsweise steuerrechtlich Wirtschaftsguts aufgedeckt, was bedeutet, dass sie den steuerlichen Gewinn grundsätzlich erhöhen. Das ist für den Steuerpflichtigen nachteilig, weil er dann die vollen stillen Reserven grundsätzlich zu versteuern hat. Das kann den Steuerpflichtigen in Liquiditätsschwierigkeiten bringen. Und um solche Liquiditätsschwierigkeiten zu vermeiden, regelt § 6b Absatz 1 die Möglichkeit der Übertragung solcher stillen Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter. § 6b Absatz 1 EStG sagt, Steuerpflichtige, die Grund und Boden oder auch Gebäude, das sind die wichtigsten Fälle, veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in dem betreffenden Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder im vorangegangenen angeschafft oder hergestellt worden sind, gewissermaßen die Ersatzwirtschaftsgüter, einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns abziehen. Und dieser bei der Veräußerung entstandene Gewinn, das sind eben diese stillen Reserven, die können also auf diese Ersatzwirtschaftsgüter übertragen werden. Das gilt allerdings nur bei ganz bestimmten Wirtschaftsgütern, insbesondere bei Grund und Boden und bei den aufstehenden Gebäuden. Das ist die eine Möglichkeit, Übertragung der stillen Reserven oder die Alternative. Das regelt § 6b Absatz 3. Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1, also die Übertragung der stillen Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter, nicht vorgenommen haben, können sie im Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren wird dann diese Rücklage aufgelöst. Das bedeutet im Klartext, es müssen die stillen Reserven bei den Wirtschaftsgütern, die in Absatz 1 des § 6b genannt sind, es müssen die stillen Reserven dann also nicht sofort in voller Höhe versteuert werden, sondern sie können auf fünf Jahre insgesamt verteilt werden, um die Liquidität des Steuerpflichtigen zu schonen. Das ist also die gesetzliche Regelung des § 6b. Das ist also eine rein steuerrechtliche Regelung, die in der Handelsbilanz sich nicht niederschlägt, sondern die eben im Steuerrecht den Steuerpflichtigen vor Liquiditätsschwierigkeiten schützen soll. Gerade bei Grund und Boden bilden sich sehr häufig sehr hohe stille Reserven und es wäre unbillig, den Steuerpflichtigen dann im Jahr der Aufdeckung, also der Veräußerung mit der vollen Steuerlast auf diese aufgedeckten stillen Reserven zu belasten. Dann gibt es noch eine Erleichterung, die nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt ist, die sich aber in den Einkommensteuerrichtlinien findet für Ersatzbeschaffung anderer als der in § 6b genannten Wirtschaftsgüter. Diese Regelung in den Einkommensteuerrichtlinien, das sind rein verwaltungsinterne Richtlinien, das heißt, die haben im Grundsatz keine Außenwirkung, mittelbar dann über Artikel 3.1 Grundgesetz den Gleichbehandlungsgrundsatz. Doch die Steuerpflichtigen können die Gleichbehandlung in dieser Verwaltungspraxis verlangen. Diese Einkommensteuerrichtlinien sagen, soweit am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem das Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden ist, noch keine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde, kann in Höhe der aufgedeckten stillen Reserven eine steuerfreie Rücklage gebildet werden, wenn zu diesem Zeitpunkt eine Ersatzbeschaffung ernstlich geplant und zu erwarten ist. Das heißt, auch dann, wenn man das Ersatzwirtschaftsgut noch nicht in dem betreffenden Wirtschaftsjahr angeschafft hat, aber das ernstlich für das nachfolgende Wirtschaftsjahr geplant ist, kann man schon für das betreffende zurückliegende Wirtschaftsjahr diese Rücklage, steuerfreie Rücklage bilden und auf diese Weise dann wiederum die Liquidität schonen. Auch das ist eine spezifisch steuerrechtliche Regelung, die wiederum keine Auswirkungen auf die Handelsbilanz hat, sondern dann gegebenenfalls zu einer Abweichung der Steuer von der Handelsbilanz führt. So, das also die Konsequenzen der steuerrechtlichen Vorschriften für die Bilanzierung in der Steuerbilanz dem Grunde nach und wir wollen uns jetzt noch anschauen, welche Konsequenzen aus den steuerrechtlichen Sondervorschriften ergeben sich für die Bewertung in der Steuerbilanz im Vergleich zur Handelsbilanz. Grundsätzlich, das ist wiederum der Ausgangspunkt, das Maßgeblichkeitsprinzip ist die in der Handelsbilanz nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommene Bewertung von Vermögensgegenständen, steuerrechtlich Wirtschaftsgütern und auch Schulden auch für die Steuerbilanz, auch für das Steuerrecht maßgeblich. Das ist wiederum der Ausgangspunkt. Es gibt aber gerade für die Bewertung eine ganze Reihe von steuerrechtlichen Sondervorschriften, insbesondere in den hier genannten Vorschriften Paragrafen 5, 6 und 7 ESTG und wir wollen nicht alle, aber einige dieser Sondervorschriften uns einmal genauer anschauen. Eine besondere Problematik sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Darüber hatten wir schon im Zusammenhang mit dem Vorsichts- und Realisationsprinzip, dem Imparitätsprinzip gesprochen. Hier geht es um die Folgebewertung von Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz, die die Anfangsbewertung ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und bei der Folgebewertung ist zu unterscheiden zunächst einmal zwischen Wirtschaftsgütern des Anlage- und des Umlaufvermögens und bei den Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wiederum zu unterscheiden zwischen den abnutzbaren und den nicht abnutzbaren. Bei den abnutzbaren wird Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind planmäßige Abschreibungen vorzunehmen, sagt § 253 Absatz 3 Satz 1 HGB und das betrifft zum Beispiel Maschinen, die für die Produktion im Unternehmen eingesetzt werden, aber auch Gebäude. Das Handelsbilanzrecht schreibt die Abschreibungsmethode nicht vor, denn mit den GOB vereinbar ist sowohl die lineare Abschreibungsmethode als auch die degressive und bei der degressiven gibt es dann noch verschiedene Unterarten, die im Grundsatz alle mit den GOB übereinstimmen. Das heißt also im Handelsbilanzrecht hat man insoweit ein Bewertungswahlrecht, welche Abschreibungsmethode man anwendet. Wir hatten uns schon einmal das Beispiel angeschaut des Einzelkaufmanns, der im Jahr 2000 ein Betriebsgrundstück erworben hat für damals 100.000. Das waren die Schaffungskosten. Inzwischen zum 31.12.2018 ist der Verkehrswert dieses Grundstücks 300.000. Gleichwohl bleibt das Betriebsgrundstück nach wie vor mit 100.000 in der Bilanz stehen und es handelt sich ja um zwar einen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens, aber eben einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand. Grundstücke, Grund und Boden sind nicht abnutzbar, sodass hier auch keine planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen sind. Aufgrund des Realisationsprinzips aber eben auch keine Berücksichtigung des inzwischen deutlich höheren Verkehrswerts stattfindet. Im Jahr 2018 ist darüber hinaus eine Maschine für 20.000 erworben worden. Diese hat eine voraussichtliche Nutzungsdauer von zehn Jahren und hier handelt es sich nun um ein abnutzbares Wirtschaftsgut, Vermögensgegenstand handelsbilanzrechtlich des Anlagevermögens, sodass wir hier planmäßige Abschreibungen vornehmen müssen und hier besteht die Wahl zwischen der linearen und der degressiven Abschreibungsmethode. Die lineare zeichnet sich dadurch aus, dass man die Anschaffungs- oder auch Herstellungskosten schlicht durch die voraussichtliche Nutzungsdauer teilt und dann in jedem Jahr einen gleich hohen Betrag in Abzug bringt. Das heißt, bei einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von zehn Jahren und Anschaffungskosten von 20.000 wären das 2.000 pro Jahr. Bei der degressiven, da gibt es wie gesagt noch verschiedene Unterarten. Dazu kommen wir gleich noch im Steuerbilanzrecht. Bei der degressiven wird üblicherweise ein bestimmter Prozentsatz pro Jahr in Abzug gebracht, der sich dann wiederum nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer richtet und man kommt hier zu fallenden Beträgen. Das heißt, in der Anfangszeit hat man höhere Abzugsbeträge, in der späteren Zeit dann niedrigere. Im ersten Jahr wäre das, wenn man schlicht die Prozentzahl nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer zehn Jahre berechnet, wären das zehn Prozent pro Jahr und im ersten Jahr wären das ebenfalls 2.000 wie bei der linearen. Es gibt aber noch degressive Abschreibungsmethoden, bei denen man in den Anfangsjahren zu höheren Beträgen kommt. Dazu gleich dann noch im Steuerrecht. Und für das Folgejahr würde sich dann aber eine Abweichung ergeben. Bei der degressiven hat man ja fallende Beträge, bei der linearen gleich hohe Beträge. Wenn man dann im Jahr 2020 mit der degressiven, nach der linearen hätte man auch hier 2.000 Euro planmäßige Abschreibung bei der Maschine. Bei der degressiven kommt man dann hier aber um zehn Prozent des Restwerts, des Restbuchwerts von 18.000. Zehn Prozent von 18.000 sind 1.800, sodass man nach der degressiven hier auf einen Betrag von 16.200 kommt. Also kennzeichnen für die degressive, dass man in den Anfangsjahren höhere Abschreibungsbeträge hat als in den späteren Jahr. Und das werden wir gleich noch sehen, ist im Steuerrecht jedenfalls für eine vorübergehende Zeit relevant. Im Handelsbilanzrecht also ein Wahlrecht. Im Steuerrecht dagegen sind die Abschreibungsmethoden recht streng vorgegeben. Und das erklärt sich wieder aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Die Steuerpflichtigen sollen möglichst gleich behandelt werden bei ungefähr gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sollen also für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung weniger Spielraum haben. Das stünde im Widerspruch zu Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Der Grundsatz des Steuerbilanzrechts ergibt sich aus Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1. Das ist die lineare Abschreibung. Grundsätzlich muss also im Steuerrecht für die Steuerbilanz die lineare Abschreibungsmethode gewählt werden. Und das Steuerrecht spricht nicht von planmäßigen, außerplanmäßigen Abschreibungen, sondern der Begriff für die planmäßigen Abschreibungen ist Absetzungen für Abnutzung oder abgekürzt AFA. Das ist also der steuerrechtliche Begriff, entspricht aber dem handelsbilanzrechtlichen Begriff der planmäßigen Abschreibung. Also planmäßige Abschreibungen sind steuerrechtlich AFA, Absetzungen für Abnutzung. Und Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 sagt, bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt. Das ist die AFA in gleichen Jahresbeträgen oder die lineare AFA. Das ist also grundsätzlich vorgegeben. Das ist also der steuerbilanzrechtliche Grundsatz. Das heißt also hier kein Wahlrecht, sondern im Grundsatz muss diese lineare AFA angewendet werden. Das BMF unterstützt den Steuerpflichtigen, insbesondere bei der Ermittlung der voraussichtlichen Nutzungsdauer einzelner Wirtschaftsgüter mit sehr umfangreichen AFA-Tabellen, die über den hier angegebenen Link Sie sich anschauen können. Das sind eine ganze Menge verschiedener Tabellen. Zum einen für allgemein von allen Wirtschaftszweigen verwendbare Anlagegüter, aber auch für einzelne Wirtschaftszweige noch einmal speziell die voraussichtlichen Nutzungsdauern, unterschieden nach den einzelnen Wirtschaftsgütern. Zum Beispiel wird bei PCs und Zubehör, also beispielsweise Druckern und ähnlichem Scannern, wird von einer Nutzungsdauer von üblicherweise drei Jahren ausgegangen. Auch das dient der Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen. Diese AFA-Tabellen sind natürlich nicht verbindlich, aber sind natürlich für die Praxis ein wichtiger Anhaltspunkt für die voraussichtliche Nutzungsdauer bei einzelnen Wirtschaftsgütern. Es gab in der Vergangenheit für begrenzte Zeit schon einmal die sogenannte geometrisch-degressive AFA. Das heißt, man konnte vorübergehend schon einmal von 2009 bis 2010 diese besondere degressive Methode anwenden. Dann in den Folgejahren gab es das nicht mehr. Jetzt aber, dazu komme ich gleich, wieder eingeführt. Und an dieser Stelle will ich noch erwähnen, es gibt noch eine Besonderheit, § 7 Absatz 1 Satz 6. Man kann für bewegliche Wirtschaftsgüter unter Umständen, unter bestimmten Voraussetzungen die AFA nach der Leistung vornehmen. § 7 Absatz 1 Satz 6 sagt, bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen anwenden. Wenn er den auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nachweist, dass also eine alternative Abschreibungsmethode beispielsweise bei Baugeräten, das wären bei einem Bauunternehmen bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wenn man zum Beispiel für einen Kran oder für sonstige Baugeräte nachweisen kann, dass in den Anfangsjahren eine höhere Leistung, dann mit zunehmender Abnutzung eine geringere Leistung erbracht wird, dann kann man diese Leistung zugrunde legen und das führt üblicherweise in den Anfangsjahren zu höheren Abschreibungsbeträgen als in den Folgejahren. Jetzt im Zuge der Corona-Krise hat man durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom Juni dieses Jahres noch einmal vorübergehend diese sogenannte geometrisch degressive AFA eingeführt und zwar für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wiederum allerdings nur für solche, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2022 angeschafft oder hergestellt worden sind, das heißt also nur vorübergehend. Wir schauen uns einmal diesen neu gefassten Paragraphen 7 Absatz 2 des ESTG an. Paragraph 7 Absatz 2 ESTG in der Fassung des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes, mit dem bestimmte Erleichterungen, relativ geringfügige allerdings, eingeführt worden sind, um den Unternehmen ein wenig in der Corona-Krise zu helfen. Man wird da hoffentlich jetzt noch einmal, nachdem man den Einzelhandel komplett lahmgelegt hat, ab morgen noch einmal etwas nachbessern, ist zumindest zu hoffen. Aber eine Regelung hat man schon im Juni eingeführt, Paragraph 7 Absatz 2 in dieser Neufassung sagt, bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2022 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann der Steuerpflichtige statt der AFA in gleichen Jahresbeträgen, also statt der linearen AFA, die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen, das ist also die degressive AFA, bemessen. Und diese fallenden Jahresbeträge sind eben in den Anfangsjahren höher. Das wird allerdings begrenzt. Das heißt hier, dieser anzuwendende Prozentsatz, degressive AFA ist ja immer dadurch gekennzeichnet, dass man bestimmte Prozentsätze zugrunde legt. Und diese Prozentsätze dürfen höchstens das zweieinhalbfache des bei der linearen AFA in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Man kann aber eben in den Anfangsjahren höhere Beträge mit dieser besonderen geometrisch degressiven AFA ansetzen. Das führt dann zu einer Schonung der Liquidität der Unternehmen. Die haben dann höhere Absetzungsbeträge. Das bedeutet, man hat im Ergebnis dann weniger Aktivvermögen und damit potenziell auch weniger zu versteuernden Gewinn wertmäßig, mit der Folge, dass auch die Steuerlast etwas geringer wird. Das dient also dazu, den in eine Krise geratenen Unternehmen, vor allen Dingen den in eine Krise geratenen Unternehmen, dann die Liquidität etwas zu schonen. Also vorübergehende Rückkehr als alternative AFA-Methode zur geometrisch degressiven AFA. Der Grundsatz bleibt aber die lineare. Das gilt alles nur für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Bei Grundstücken hat man auch im Steuerrecht, weil sie ja nicht abnutzbar sind, hat man ohnehin keine AFA. Aber bei den aufstehenden Gebäuden und bei den Gebäuden und Gebäudeteilen gibt es eine ganze Reihe von Sondervorschriften. Die finden Sie in § 7 Absatz 4, 5 und 5a ESTG. Da nur ein ganz kurzer Blick, das müssen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Wenn Sie da aber hineinschauen, dann sehen Sie, da wird unterschieden zwischen dem, nach dem Alter der Gebäude und da werden dann bestimmte Prozentsätze festgelegt, je nach Alter des Gebäudes und auch für die Folgejahre dann unterschiedliche Prozentsätze. Das ist also die Sonderregelung für AFA bei Gebäuden. Das heißt also auch hier ist das steuerrechtlich wiederum im Interesse der Gleichbehandlung, Artikel 3.1 Grundgesetz, zwingend vorgeschrieben, wie die Abschreibung vorzunehmen ist. Die Abweichungen, die wir durch diese Sondervorschriften zwischen Steuerbilanzrecht und Handelsbilanzrecht haben, zwischen planmäßigen Abschreibungen in der Handelsbilanz und AFA in der Steuerbilanz, führen dazu, dass man eigenständige handelsrechtliche und steuerrechtliche Bewertungswahlrechte in dieser Hinsicht hat. Und das kann dazu führen, dass Handels- und Steuerbilanz hier bei der Bewertung auseinanderfallen und das wiederum kann dazu führen, dass sie dann im Sinne des Paragrafen 274 HGB in der Handelsbilanz bei Kapitalgesellschaften Posten für aktive beziehungsweise passive latente Steuern haben, weil sich aus diesen Abweichungen in der Zukunft eine steuerliche Belastung oder auch Entlastung ergeben kann. Bei einer steuerlichen Entlastung kann, das ist ein Wahlrecht, kann ein Posten aktive latente Steuern nach 274 HGB gebildet werden und bei voraussichtlichen steuerlichen Belastungen in der Zukunft durch das Auseinanderfallen der Bewertungen muss ein Posten passive latente Steuern in der Handelsbilanz gebildet werden. Diese aktiven passiven latenten Steuern sind aber ein rein handelsrechtlicher Posten, der in der Steuerbilanz nicht auftaucht, der aber eben resultiert aus diesen Bewertungsdivergenzen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, wie sie insbesondere bei den planmäßigen Abschreibungen beziehungsweise AFA auftreten können. Ebenfalls eine Abweichung kann auftreten bei den Einbeziehungswahlrechten in Bezug auf Herstellungskosten und darüber hinaus auf die Kosten für Fremdkapital. Wir hatten uns in der zurückliegenden Stunde kurz angeschaut die Einbeziehungswahlrechte bei den Herstellungskosten. Bei selbsthergestellten Vermögensgegenständen sind ja für die Anfangsbewertung in der Handelsbilanz die Herstellungskosten maßgeblich und in die Herstellungskosten können bestimmte Positionen noch mit einbezogen werden. Paragraf 255 Absatz 2 HGB schreibt zum einen bestimmte Teile verbindlich vor für die Herstellungskosten und andere Positionen können nur einbezogen werden und bezüglich dieser Kannvorschrift, der handelsbilanzrechtlichen Kannvorschrift, stellt sich die Frage, wie ist das in der Steuerbilanz mit diesen Teilen der Herstellungskosten bezüglich derer ein Einbeziehungs- und damit Bewertungswahlrecht in der Handelsbilanz besteht? Wie ist das in der Steuerbilanz? Müssen diese Teile einbezogen werden oder besteht auch hier ein steuerrechtliches, steuerbilanzrechtliches Wahlrecht? Paragraf 255 Absatz 2 sagt, Herstellungskosten sind die Aufwendung, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seiner Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Das wären beispielsweise die verbrauchten Rohstoffe oder auch, wenn Fremdunternehmen mit der Herstellung oder mit Teilen der Herstellung beauftragt werden, die dafür anfallenden Dienst- oder Werklohnkosten. Das muss also einbezogen werden und Materialkosten, Fertigungskosten, Sonderkosten der Fertigung, angemessene Teile der Materialgemeinkosten, das sind alles Kosten, die tatsächlich dem konkreten Herstellungsprozess für diesen Vermögensgegenstand zugeordnet werden können. Dann heißt es weiter, bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen, das heißt also ein Einbeziehungswahlrecht, angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung, also für die beispielsweise Büroverwaltung des betreffenden Unternehmens, angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebes, freiwillige soziale Leistungen und die betriebliche Altersversorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, dürfen einbezogen werden. Das ist also ein Einbeziehungswahlrecht. Und hier geht es um Kosten, die sich nicht dem konkreten Herstellungsprozess für diesen Vermögensgegenstand zuordnen lassen, sondern die für den Betrieb allgemein anfallen, die natürlich dann anteilig auch für den Herstellungsprozess aufgewendet werden, aber die sich diesem Herstellungsprozess nicht konkret und spezifisch zuordnen lassen. Da dürfen aber angemessene Teile, wie es hier heißt, einbezogen werden. Das ist also ein handelsbilanzrechtliches Wahlrecht und die Einbeziehungswahlrecht, Bewertungswahlrecht. Und kein Streit besteht bezüglich der sogenannten Wertuntergrenze. Das ist für das Steuerrecht maßgeblich. Das heißt also, diejenigen Positionen, die nach § 255 Absatz 2 Sätze 1 und 2 einbezogen werden müssen, die bilden auch zugleich steuerrechtlich die Wertuntergrenze. Die Frage aber ist, wie sieht das mit diesem Einbeziehungswahlrecht, das wir handelsbilanzrechtlich haben, in der Steuerbilanz aus? Ist das maßgeblich oder nicht? Da war die Rechtslage lange Zeit nicht ganz klar. Es gab also keine explizite gesetzliche Regelung. Es gab aber allerdings einander ein wenig widersprechende Richtlinien der Finanzverwaltung. Die hier wiedergegebene Passage in den Einkommensteuerrichtlinien 2012 konnten sich in Richtung einer Aktivierungspflicht, also einer Einbeziehungspflicht bezüglich dieser Teile der Allgemeinkosten, konnten in diese Richtung verstanden werden. In die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts sind auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten und so weiter. Einzubeziehen, sind einzubeziehen, das klang nach einer Einbeziehungspflicht. Das heißt also steuerrechtlich schien es nach dieser Regelung so zu sein, dass kein Wahlrecht bestand. Nochmal, diese Einkommensteuerrichtlinien haben ja zunächst einmal nur verwaltungsinterne Wirkung, mittelbar dann aber auch nach außen, weil die Praxis sich dann, um keinen Konflikt mit der Finanzverwaltung zu bekommen, üblicherweise dann doch an diesen Richtlinien orientiert. Eine andere Regelung in den Einkommensteuerrichtlinien von 2008, auf die dann aber auch in den Richtlinien von 2012 noch Bezug genommen wurde, sprach dagegen für die Maßgeblichkeit. Dort heißt es, das handelsrechtliche Bewertungswahlrecht für Kosten der allgemeinen Verwaltung und so weiter, für diese allgemeinen Kosten gilt auch für die Steuerbilanz, heißt es hier also eine nicht ganz eindeutige Regelung in den Einkommensteuerrichtlinien. Diese Ungewissheit hat jetzt der Gesetzgeber im Jahre 2016 aber behoben in Gestalt der neuen Regelung des § 6 Absatz 1 Nummer 1b ESTG. Dort heißt es jetzt ausdrücklich, bei der Berechnung der Herstellungskosten brauchen angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung, allgemeine angemessene Aufwendung für soziale Einrichtungen, freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung im Sinne des § 255 Absatz 2 Satz 3 nicht einbezogen zu werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Das Wahlrecht ist aber in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz auszuüben. Also wir haben auch ein steuerbilanzrechtliches Wahlrecht nach dieser neuen Regelung, nach dieser ausdrücklichen Regelung, aber es müssen sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz müssen diese Wahlrechte übereinstimmend ausgeübt werden. Das heißt also, es ist letztendlich doch sichergestellt, dass Steuer- und Handelsbilanz wieder übereinstimmen in dieser Hinsicht, sodass sich hier jetzt keine Abweichung mehr ergeben kann. Es besteht ein Wahlrecht, aber das muss übereinstimmend ausgeübt werden. Eine ähnliche Problematik stellt sich auch bei den Fremdkapitalkosten. Das ist § 255 Absatz 3 HGB. Zinsen für Fremdkapital heißt es dort, gehören nicht zu den Herstellungskosten. Das heißt also, wenn man die Produktion von Vermögensgegenständen zum Teil oder vollständig über einen Kredit finanziert, für diesen Kredit Zinsen zahlt, dann sagt § 255 Absatz 3 Satz 2 als Grundsatz, dass diese Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten gehören. Aber Satz 2, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands, also spezifisch dafür verwendet wird, dürfen angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. In diesem Fall gelten sie als Herstellungskosten des Vermögensgegenstands, also ein Einbeziehungswahlrecht, wenn spezifisch für einen Herstellungsprozess und nicht nur allgemein zur Finanzierung des Betriebs im Ganzen ein Kredit oder sonstiges Fremdkapital aufgenommen worden ist, ein handelsrechtliches Einbeziehungswahlrecht. Da gibt es ebenfalls eine Äußerung in den Einkommensteuerrichtlinien. Dort heißt es, das handelsrechtliche Bewertungswahlrecht für Fremdkapitalzinsen gilt auch für die steuerliche Gewinnermittlung, heißt es hier. Und auch hier dann aber, wenn die handelsrechtlichen Fremdkapitalzinsen einbezogen worden sind, dann sind sie auch in der steuerlichen Gewinnermittlung als Herstellungskosten zu beurteilen. Also auch hier besteht ein Wahrrecht, aber das muss übereinstimmend ausgeübt werden. Das heißt, wir haben jetzt auch durch diese Neuregelung des § 6 Absatz 1 Nummer 1b ESTG in Bezug auf diese beiden Einbeziehungswahlrechte, die lange etwas problematisch waren, einen Gleichlauf. Das heißt also, wir haben in beiden Fällen sowohl also bei diesen allgemeinen Kosten im Herstellungsprozess als auch bei den Fremdkapitalkosten sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich ein Bewertungswahlrecht. Und wenn es im Handelsrecht ausgeübt worden ist, dann ist diese Wahl auch für das Steuerbilanzrecht maßgeblich. Dementsprechend können wir hier nicht von einem eigenständigen steuerrechtlichen Bewertungswahlrecht sprechen, weil nämlich die Steuerbilanz an dieser Stelle nach der gesetzlichen Regelung und nach den Richtlinien bezüglich der Fremdkapitalkosten übereinstimmen muss. Von diesem Ausnahmefall abgesehen, besteht im Übrigen der Grundsatz, dass handelsrechtliche Bewertungswahlrechte für das Steuerrecht unbeachtlich sind. Das heißt, auch hier wieder durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz geboten im Interesse der Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sollen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ermittlung des steuerlichen Gewinns vermieden werden und dadurch dann die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sichergestellt werden. Und auch insoweit kann es dann zu Divergenzen zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz kommen. Was dann wiederum gegebenenfalls bei Kapitalgesellschaften zur Bildung eines Postens aktive, passive latente Steuern im Sinne des Paragraphen 274 HGB in der Handelsbilanz führen kann. So, wir hatten schon über die planmäßigen Abschreibungen in der Handelsbilanz, AFA in der Steuerbilanz gesprochen und wollen uns jetzt noch anschauen, die außerplanmäßigen Abschreibungen, so heißen sie handelsbilanzrechtlich. In der Steuerbilanz spricht man dagegen von einer Teilwertabschreibung. Das Steuerrecht ist bei einer außerplanmäßigen Abschreibung strenger als das Handelsbilanzrecht, was sich wiederum aus der Zielsetzung des Steuerrechts erklärt, die aktuelle, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zu erfassen. Deswegen lässt das Steuerrecht solche außerplanmäßigen Abschreibungen, beziehungsweise im Steuerrecht heißt es Teilwertabschreibungen nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung zu. Nur dann, wenn voraussichtlich dauerhaft der Wert von Wirtschaftsgütern gemindert ist, kann, und das ist hier im Steuerrecht dementsprechend ein Wahlrecht, kann der niedrigere Teilwert angesetzt werden und wir werden gleich noch zum Begriff des Teilwerts kommen. Das heißt also, es besteht dann ein Wahlrecht, wohingegen in der Handelsbilanz, das haben wir besprochen, bei den Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens nach 253 Absatz 3 HGB eine Verpflichtung zur außerplanmäßigen Abschreibung besteht, eingedenk des Vorsichtsprinzips, des Imparitätsprinzips und darüber hinaus haben wir ja bei den Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens das strenge Niederswertprinzip, da führt auch eine nur vorübergehende Minderung des Markt- oder Börsenwertes schon zu einer entsprechenden Abschreibung, außerplanmäßigen Abschreibung. Steuerrecht also allgemein nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Und ein Bewertungswahlrecht, im Steuerrecht muss eine Abschreibung vorgenommen werden, da besteht also eine entsprechende Pflicht, Vorsichtsprinzip, Imparitätsprinzip im Steuerrecht dagegen ein bloßes Wahlrecht und dies eben auch nur bei einer voraussichtlich dauernden, nicht bei einer nur vorübergehenden Wertminderung. So, wir schauen uns diese Regelungen einmal im Einzelnen an. Die finden sich in § 6 ESTG und zwar in Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 Satz 2 und in Satz 3 des 6 Absatz 1 Nummer 1 finden Sie dann auch die Definition dieses Begriffs des Teilwerts. Also, was sagt § 6 ESTG? Da finden Sie eine Reihe von Bewertungsvorschriften, spezifisch steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften. § 6 Absatz 1 Nummer 1 sagt, Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an ihre Stelle tretenden Wert vermindert, um die Absetzungen für Abnutzung, also AFA nach § 7 Sonderabschreibung und so weiter anzusetzen. Ist der Teilwert von solchen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden, also ein Abschreibungswahlrecht bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Teilwert bedeutet also, das betreffende Wirtschaftsgut wird im Kontext des Unternehmens betrachtet und man setzt also nicht den Betrag, an den man bei einer Einzelveräußerung dieses Wirtschaftsguts als Erwerber zahlen würde, sondern man schaut sich an, was würde ein Erwerber des gesamten Betriebs zahlen und welcher Teilbetrag würde dabei auf das einzelne Wirtschaftsgut entfallen und dann entfällt in der Regel auf das einzelne Wirtschaftsgut mehr als der Einzelveräußerungswert, nämlich darüber hinaus noch der anteilige Geschäfts- oder Firmenwert, der Mehrwert also, den das Unternehmen als Organismus, als Ganzes über die Summe der Einzelveräußerungswerte seiner Vermögensgegenstände hinaus hat. Das also unter dem Teilwert zu verstehen, auch hier gilt wieder dieser Fortführungsgedanke, den wir als GOB aus dem Handelsbilanzrecht schon kennen. Das Unternehmen wird als fortgeführter Organismus betrachtet und dementsprechend kommt jedem einzelnen Wirtschaftsgut auch ein anteiliger Geschäfts- oder Firmenwert zu, der zu einem höheren Wert, in der Regel jedenfalls zu einem höheren Wert als dem Betrag, den man bei der Einzelveräußerung dieses Gegenstandes erzielen könnte. Das also die Regelung des Paragrafen 6. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung und dann, das gilt also für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und für alle anderen, regelt Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 2 andere als die Nummer 1 bezeichnenden Wirtschaftsgüter des Betriebs. Das heißt also nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, aber auch Umlaufvermögen. Beispielhaft sind hier aufgezählt Grund- und Bodenbeteiligungen, Umlaufvermögen, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden Wert vermindert, um Abzüge nach Paragraf 6b und so weiter anzusetzen. Ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann diese angesetzt werden. Das heißt also auch hier ein Abschreibungswahlrecht, aber auch nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Wohingegen im Handelsbilanzrecht bei einer vorübergehenden Wertminderung schon nach dem strenge Niederswertprinzip beim Umlaufvermögen eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden, muss im Steuerrecht nur ein Wahlrecht und darüber hinaus auch nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Der Hintergrund ist, nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen tatsächlich gemindert, bei einer nur vorübergehenden nicht. Das führt zu der Frage, wann ist von einer solchen voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen? Dazu hat sich der BfH noch einmal in einer neueren Entscheidung geäußert. Da ging es um verzinsliche Wertpapiere, die auf einen Nominalbetrag lauteten. Das heißt also, bei deren Fälligkeit, beim Ablauf der Laufzeit musste dieser Nominalbetrag dann auch wieder zurückgezahlt werden. Der BfH hat gesagt, voraussichtlich dauernd, das bedeutet nicht zwingend endgültig. Es muss also nicht feststehen, dass diese Wertminderung wirklich endgültig eingetreten ist. Auf der anderen Seite darf sie aber auch nicht nur vorübergehend sein. Es muss also irgendetwas dazwischen sein. Und was das ist, welche Anforderungen da zu stellen sind, das hängt von der Eigenart des einzelnen Wirtschaftsguts ab. Wenn wir beispielsweise bei einem Grundstück, das wäre Anlagevermögen, nicht abnutzbares Anlagevermögen, einen Chemieunfall hatten und es kann nach dem Stand der Technik voraussichtlich auf absehbare Zeit, auf Jahrzehnte das Erdreich nicht dekontaminiert werden, dann hätten wir eine solche voraussichtlich dauernde Wertminderung, wenn also nicht absehbar ist, wann das Grundstück wieder uneingeschränkt nutzbar ist. Bei den Wertpapieren, um die es im Fall des BfH ging, da war es zu einem zwischenzeitlichen Kurseinbruch gekommen und es war nicht absehbar, dass sich der Kurs wieder erholen würde. Aber der BfH hat gesagt, wir haben es ja hier mit Wertpapieren zu tun, die auf den Nominalbetrag lauten, die dementsprechend am Ende der Laufzeit auch zum Nominalbetrag wieder dann oder bei denen der Nominalbetrag wieder zurückzuzahlen ist an den Kapitalgeber und dementsprechend konnte hier so der BfH nicht von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung ausgegangen werden, trotz des Kurseinbruchs, denn der Inhaber dieser Papiere konnte ja am Ende der Laufzeit dann eben den vollen Nominalbetrag wieder zurückverlangen und deswegen hat der BfH in diesem konkreten Fall eine voraussichtlich dauernde Wertminderung, damit eine Abschreibung im Steuerrecht, eine Teilwertabschreibung im Steuerrecht abgelehnt. Diese Teilwertabschreibung ist deswegen wichtig, weil man damit ja potenziell das, was man in der Steuerbilanz auf der Aktivseite hat, mindern kann und damit auch potenziell den steuerlichen Gewinn. Der steuerliche Gewinn ist ja immer der Unterschiedsbetrag Aktivvermögen abzüglich passiver, also das Reihenvermögen und je weniger Aktivvermögen hat, je mehr Schulden man hat, desto geringer ist der Gewinn. Das heißt also, für das Steuerrecht ist diese Teilwertabschreibung attraktiv aus Perspektive des Steuerpflichtigen, aber der Zugang ist eben an diese Voraussetzung voraussichtlich dauernde Wertminderung gebunden und im BfH-Fall konnte diese eben nicht festgestellt werden. Handelsrechtlich, wenn wir im Handelsrecht eine voraussichtlich dauernde Wertminderung des Vermögensgegenstands haben, dann muss nach dem Vorsichtsprinzip, dem Imparitätsprinzip der niedrigere beizulegende Wert, der Zeitwert angesetzt werden. Das ist also zwingend Vorsichtsprinzip, Imparitätsprinzip. Dagegen im Steuerbilanzrecht, wie gesagt, ein Bewertungswahrrecht. Der handelsrechtliche Wertansatz ist also insoweit nicht maßgeblich. Eine Durchbrechung, eine Ausnahme vom Maßgeblichkeitsprinzip. Das wird nochmal in den Einkommensteuerrichtlinien zum Ausdruck gebracht. Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens, grundsätzlich mit den Anschaffungsherstellungskosten, ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, kann dieser angesetzt werden. Das heißt also, und weiter heißt es, die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung in der Handelsbilanz ist nicht zwingend in der Steuerbilanz nachzuvollziehen. Wir haben also hier ein eigenständiges steuerrechtliches Bewertungswahrrecht, das unabhängig von der Handelsbilanz, also unabhängig von einer entsprechenden außerplanmäßigen Abschreibung in der Handelsbilanz ausgeübt werden kann. Bei Finanzanlagen hat man durch eine neuere Regelung in § 253 Absatz 3 Satz 6 HGB eingeführt, dass dort auch bei einer voraussichtlich vorübergehenden Wertminderung die Möglichkeit zu einer außerplanmäßigen Abschreibung besteht. § 253 Absatz 3 Satz 6 sagt, bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung, also nur vorübergehender Wertminderung vorgenommen werden. Finanzanlagen, das sind zum Beispiel Anteile an verbundenen Unternehmen, Unternehmen also, die insbesondere demselben Konzern angehören. Wenn man an diesen Unternehmen Anteile hält, dann bezeichnet man das als Finanzanlagenanteile, die beispielsweise bei einer Muttergesellschaft den dauerhaften Einfluss bei dem Tochterunternehmen sicherstellen sollen. Die gehören zum Anlage, nicht zum Unlaufvermögen, sollen dauerhaft den Einfluss auf die Tochtergesellschaft sichern. Die gehören also als sogenannte Finanzanlagen zum Anlagevermögen und auch sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens, die dauerhaft im Unternehmen verbleiben sollen. Und hier kann, das ist dann aber auch handelsbilanzrechtlich ein Wahlrecht, auch bei einer nur vorübergehenden Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung erfolgen. Auch insoweit aber keine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, denn im Steuerrecht bleibt es auch bei Finanzanlagen, bei der allgemeinen Regelung des § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2, die wir gerade eben gesehen haben, bei allen anderen als den nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, also abnutzbare des Anlagevermögens, Umlaufvermögen, kann nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Teilwertabschreibung erfolgen und dementsprechend nicht bei einer nur vorübergehenden, das heißt also diese Regelung des Handelsbilanzrechts wird auch nicht über den Maßgeblichkeitsgrundsatz für das Steuerrecht übernommen, sondern da haben wir in Gestalt des § 6 Absatz 1 Nummer 2 eine steuerrechtliche Sondervorschrift, die für die Steuerbilanz vorgeht. Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt handelsbilanzrechtlich das strenge Niederswertprinzip, nochmal § 253 Absatz 4 HGB, bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, eine Verpflichtung, eingedenk des Vorsichts des Imparitätsprinzips, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt und zwar auch bei einer nur vorübergehenden Wertminderung aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises im Vergleich zum Buchwert, also zu den Anschaffungsherstellungskosten, im Steuerrecht also eine Verpflichtung zu außerplanmäßigen Abschreibungen im Handelsrecht. Im Steuerrecht dagegen bleibt es wiederum bei diesem Grundsatz des § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2, beim Umlaufvermögen gilt wiederum nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung darf hier, das ist dann ein Wahlrecht in der Steuerbilanz eine Teilwertabschreibung erfolgt. Darüber hinaus gibt es im Steuerrecht noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten für erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen, die auch über die handelsrechtlichen außerplanmäßigen Abschreibungen hinausgehen. Erhöhte Absetzungen können anstelle der regulären AFA angesetzt werden und bei Sonderabschreibungen handelt es sich um Abschreibungen, die zusätzlich zu den regulären AFA angesetzt werden können. Das sind rein steuerrechtliche Vorschriften, die also in der Handelsbilanz keine Entsprechung haben, wiederum auch zu einer Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz führen. Schauen wir uns einmal diese erhöhten Absetzungen an. Das sind insbesondere die Paragraphen 7 H und 7 I ESTG. Da kann also wahlenweise anstelle der sich aus Paragraph 7 für den Regelfall ergebenden AFA eine erhöhte AFA vorgenommen werden. Wir § 7 I ESTG. § 7 H ESTG regelt erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen. Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige abweichen von diesen allgemeinen Vorschriften für Gebäude in § 7 Absätze 4 folgende. Im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 %, das sind also deutlich erhöhte AFA, vornehmen. Hier will man für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, hier geht es um gewissermaßen heruntergekommene Stadtteile und um einen steuerlichen Anreiz zu schaffen für Sanierungsmaßnahmen der Eigentümer von dort belegenden Immobilien, diese Möglichkeit der erhöhten Absetzungen. Das ist also eine Lenkungsnorm, die einen Anreiz bieten soll, einen steuerlichen Anreiz bieten soll für die Sanierung von, ja salopp gesagt, heruntergekommenen Stadtteilen oder Gebäuden in heruntergekommenen Stadtteilen. Also eine Lenkungsnorm und ganz ähnlich die Regelung des § 7i, erhöhte Absetzung bei Baudenkmalen bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Steuerpflichtige wiederum abweichen von den allgemeinen AFA für Gebäude im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9% der Herstellungskosten für Baumaßnahmen und so weiter absetzen. Ja, dass auch hier eine Lenkungsnorm, das dient dazu, dass man in Baumaßnahmen für Baudenkmäler im öffentlichen Interesse letztendlich investiert. Das soll mit einem steuerlichen Anreiz gefördert werden. Das also erhöhte AFA und es gibt noch einige Vorschriften, die Sonderabschreibungen gestatten, die dann zusätzlich hinzutreten zu den regulären AFA. Das sind insbesondere die Paragraphen 7b, 7c und 7g, ESTG. Wir schauen erst mal § 7g uns an. Das ist eine Vorschrift, die sogenannte Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe vorsieht. Steuerpflichtige können für die künftige Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern, die mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. Das sind die sogenannten Investitionsabzugsbeträge. Auf diese Weise soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, die dann im Folgenden noch etwas näher definiert werden, eine Liquiditätsschonung ermöglicht werden, indem sie eben diese Abzugsbeträge, diese recht hohen Abzugsbeträge in Gestalt oder für noch gar nicht getätigte Anschaffungen vornehmen, können sie auf der Aktivseite den Betrag mindern, dadurch also potenziell den steuerlichen Gewinn auch mindern und sich so Liquiditätsvorteile verschaffen. Allerdings steht das unter dem Vorbehalt, dass dann tatsächlich diese Anschaffung auch realisiert wird. Geschieht das nicht, dann muss diese Rückstellung wieder aufgelöst werden mit der Folge dann natürlich einer höheren Steuerlast. Das heißt also, das verschiebt nur in oder verlagert nur vor in einen früheren Besteuerungszeitraum. Die Investition muss dann aber gleichwohl anschließend tatsächlich noch getätigt werden. Das ist also eine wirtschaftlich durchaus sinnvolle Regelung zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, um die oftmals recht problematische, jetzt gerade in der aktuellen Zeit ja problematische Liquidität solcher Unternehmen nicht allzu sehr durch Steuern zu belasten. Und dann gibt es neuere Regelungen, die wiederum als als Lenkungsvorschriften anzusehen sind. Lenkungsvorschriften, weil sie ein bestimmtes Verhalten vom Gesetzgeber als gut bewertetes Verhalten fördern sollen, steuerlich fördern soll. Das sind die Paragraphen 7b und 7c ESTG. Wir schauen uns den 7b an. Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Da soll also durch steuerliche Anreize der Neubau von bestimmten Mietwohnungen gefordert werden. Das dürfen allerdings keine Luxuswohnungen sein. Deswegen finden Sie da auch eine Begrenzung auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die dürfen also 3000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen. Also es sollen keine Luxusimmobilien hier gefördert werden, sondern sozusagen der einfache Wohnungsbau soll gefördert werden. 7b Absatz 1 für die Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen, die in einem Mitgliedstaat der EU belegen sind, können nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen bis zu jährlich 5 Prozent und dies dann eben zusätzlich zu den regulären AFA in Anspruch genommen werden. Eine Regelung, die den Mietwohnungsneubau fördern, steuerlich fördern soll. Und eine Regelung, die Sie in Ihren Gesetzestexten noch nicht finden, das hat einen unionsrechtlichen Hintergrund, ist Paragraph 7c ESTG. Den hat der deutsche Gesetzgeber schon verabschiedet, aber das Inkrafttreten hängt noch von der Durchführung eines Beihilfeverfahrens bei der Europäischen Kommission ab, bei der EU-Kommission ab, denn diese Regelung begünstigt bestimmte Unternehmen, könnte dementsprechend beihilferechtig problematisch sein. Paragraph 7c ESTG, bei neuen Elektrofahrzeugen im Sinne des Absatzes 2, die dort also näher definiert werden, und Lastenfahrrädern, die zum Anlagevermögen gehören, kann im Jahr der Anschaffung neben der AFA nach Paragraph 7 Absatz 1 eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten in Anspruch genommen werden. Auf diesem Wege möchte man die Anschaffung betrieblich genutzter Elektrofahrzeuge fördern, im Sinne also des vom Gesetzgeber oder jedenfalls von der aktuellen Regierung, als opportune erachteten Umstiegs auf Elektromobilität. Paragraph 7c ESTG, also auch eine Lenkungsnorm und die ist aber noch nicht in Kraft getreten, weil dann nach Artikel 10708 AEUV, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, bei solchen Vorschriften, die möglicherweise eine Beihilfe im unionsrechtlichen Sinne darstellen, also durch die einzelne Unternehmen begünstigt werden, das können auch Steuerbegünstigungen sein. Diese Regelung muss dann von der EU-Kommission geprüft werden und kann erst nach Durchführung dieses Prüfungsverfahrens in Kraft treten. Deswegen ist diese Vorschrift also noch nicht in Kraft getreten. Eine Regelung, die in diesem Kontext ebenfalls noch erwähnt werden kann, ist die Übertragung stiller Reserven. Darüber hatte ich gerade eben schon gesprochen. Sie erinnern sich, wenn bei bestimmten Wirtschaftsgütern, insbesondere sind das Grund und Boden und darüber hinaus Gebäude, Ersatzwirtschaftsgüter angeschafft werden, gleichartige Ersatzwirtschaftsgüter angeschafft werden, dann können die stillen Reserven auf diese Ersatzwirtschaftsgüter übertragen werden, müssen also nicht bei der Aufdeckung in voller Höhe versteuert werden. Das schont die Liquidität des Unternehmens. Allerdings müssen dann bei der Veräußerung des Ersatzwirtschaftsguts diese stillen Reserven spätestens versteuert werden. Es sei denn, man macht von dieser Möglichkeit der Bildung eine Rücklage nach § 6b Absatz 5 EStG, haben wir eben auch besprochen, Gebrauch und dann kann man die Versteuerung der aufgedeckten stillen Reserven auf fünf Jahre verteilen. Auch das ist eine Regelung, die der Schonung von Liquidität, insbesondere von kleineren, mittleren Unternehmen, aber ganz allgemein dient. Dann ebenfalls eine steuerliche Sondervorschrift, die sich aber eher erklärt, aus dem Interesse des Steuerrechts auch die Besteuerung möglichst einfach, möglichst effizient zu halten, aus dem Wesentlichkeitsprinzip als GOB auch erklären lässt, Sofortabschreibungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern bzw. Bildung von Gruppen, § 6 Absatz 2 und Absatz 2a EStG. Auch da schauen wir einmal hinein. Auch das eine Abweichung vom Handelsbilanzrechts. Das führt also auch zu einer Abweichung der Steuerbilanz von der Handelsbilanz. Normalerweise muss ja bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die abnutzbar sind, eine AFA vorgenommen werden. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern würde das aber einen unangemessenen Aufwand erfordern und im Verhältnis zu den relativ geringen Beträgen, um die es da geht, wäre das ein für den steuerpflichtigen unverhältnismäßiger Aufwand. Deswegen gewährt der § 6 Absatz 2 bei sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern die Möglichkeit, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in voller Höhe abzusetzen, also nicht verteilt auf die voraussichtliche Nutzungsdauer, sondern in voller Höhe im Jahr der Anschaffung oder Herstellung. § 6 Absatz 2 sagt, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und so weiter, die einer selbstständigen Nutzung von Wirtschaftsgütern beweglichen, abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, nur für solche Wirtschaftsgüter, also abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, das können zum Beispiel PCs sein, das können Drucker sein, Kopierer, Scanner und so weiter. Das fällt also darunter und alles andere letztendlich auch. Die können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung und so weiter in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, also nicht verteilt über die voraussichtliche Nutzungsdauer, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, also ohne Umsatzsteuer, Nettobetrag ohne Umsatzsteuer, das für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Euro nicht übersteigt. Also Nettoanschaffungsherstellungskosten nicht mehr als 800 Euro, das sind geringwertige Wirtschaftsgüter und hier kann man sich die AFA, wenn man von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, sparen und kann sofort die vollen Anschaffungsherstellungskosten im Jahr der Anschaffung beziehungsweise Herstellung steuerlich hinabzubringen. Nur steuerlich im Handelsbilanzrecht bleibt es dagegen bei, grundsätzlich zumindest bei der Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen. Und Absatz 2a des § 6 EStG, abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann für die wiederum abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung und so weiter, ein Sammelposten gebildet werden und dann die AFA auf diesen Sammelposten bezogen werden. Das heißt, es muss dann nicht für jedes einzelne zu dem Sammelposten gehörende Wirtschaftsgut, sondern für den gesamten Sammelposten nur eine AFA vorgenommen werden. Das, wenn der Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 250 Euro, aber nicht 1.000 Euro übersteigt zwischen 250 und, also 250 plus 1 und 1.000 Euro, kann also dieser Sammelposten statt der Sofortabschreibung nach 6 Absatz 2 gebildet werden. Noch das eine Erleichterung, weil man dann eben die AFA nicht für jedes einzelne Wirtschaftsgut gesondert, sondern für diesen Sammelposten für alle darin enthaltenen Wirtschaftsgüter kollektiv vornehmen kann. Das also zu erklären aus dem Gedanken der Wesentlichkeit, der Einfachheit der Besteuerung, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, Rechtsstaatsprinzip. So, das also zu den Besonderheiten in der Steuerbilanz. Ausgangspunkt das Maßgeblichkeitsprinzip, aber Sie haben gesehen, dass es da insbesondere bei der Bewertung doch eine ganze Reihe von spezifisch steuerrechtlichen Abweichungen gibt. Nicht nur bei der Bewertung, auch bei dem Ansatz. Im Grunde nach können sich durch diese Divergenz zwischen dem Begriff des Vermögensgegenstands und des Wirtschaftsguts Abweichungen ergeben. Wir wollen uns jetzt im nächsten Teil der Vorlesung noch anschauen, die Grundzüge der kaufmännischen Buchführung und Gewinnermittlung und im darauffolgenden Teil der Vorlesung werden wir dann auch einige sogenannte Buchungssätze zusammen machen. Das wird dann aber erst im neuen Jahr sein. Das schaffen wir heute nicht mehr. Einige Buchungssätze, das heißt, wir werden uns einmal anschauen anhand einiger Beispiele, wie diese kaufmännische Buchführung und Kontenführung während des Geschäftsjahres aussieht. Hier zunächst einmal sozusagen die abstrakten Grundlagen und hier ist ganz wichtig der Grundsatz der doppelten Buchführung, der auch seinerseits einen GOB darstellt. Grundsatz der doppelten Buchführung, der hat zwei Komponenten. Die erste Komponente dieses Grundsatzes der doppelten Buchführung ist, dass jeder sogenannte Geschäftsvorfall, das heißt also alles, was an wirtschaftlich relevanten Sachverhalten in dem Unternehmen des Kaufmanns auftritt, er verkauft Waren oder er wirbt Waren, er führt Dienstleistungen aus, er zahlt Löhne an seine Angestellten. All diese für das Unternehmen relevanten Vorgänge werden auf mindestens zwei Konten erfasst und es wird sowohl die Bilanz als auch die Gewinn- und Verlustrechnung oder die einzelnen Posten der Bilanz und auch die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden in Konten aufgeteilt und jedes Konto wird dann über das Geschäftsjahr geführt. Bei der Bilanz spricht man von Bestandskonten, aktiven oder passiven Bestandskonten, also für jeden Posten der Bilanz wird ein eigenes, je nach Bilanzposten, aktives oder eben passives Bestandskonto geführt, auf dem dann über das Geschäftsjahr hinweg alle Veränderungen, die dieses Konto betreffen, erfasst werden und dann der Schlussbestand des jeweiligen Bestandskontos wird dann wieder in die Bilanz zum Abschlussstichtag aufgenommen und die Gewinn- und Verlustrechnung, die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden in Aufwands- beziehungsweise Ertragskonten überführt, die dann ebenfalls über das gesamte Geschäftsjahr weitergeführt werden und jeder Geschäftsvorfall berührt mindestens zwei Konten. Das können zwei Bestandskonten sein, das kann ein Bestandskonto, ein Aufwands- beziehungsweise Ertragskonto oder Erfolgskonto ist der Oberbegriff sein, das können auch nur Erfolgskonten sein. Jedenfalls, es sind immer mindestens zwei Konten berührt, das ist also die eine Komponente der doppelten Buchführung und so wird sichergestellt dadurch, dass immer zwei Konten berührt sind, dass die Bilanz am Ende auch aufgeht. Im nächsten Teil der Vorlesung werden wir einige Buchungssätze machen, wo Sie das dann noch einmal genauer sehen werden. Wir können uns bezüglich der einzelnen Posten der Bilanz und auch der Gewinn- und Verlustrechnung an der gesetzlichen Regelung für Kapitalgesellschaften ein wenig orientieren. Da haben wir zum einen den Paragrafen 266 HGB, der gibt für Kapitalgesellschaften vor, wie die Bilanz gegliedert sein muss und daran kann man sich aber auch für Unternehmen anderer Rechtsform orientieren und daran können Sie sich auch für die Frage orientieren, welche Konten muss der Kaufmann führen. Also die Bilanz ist unterteilt, zunächst einmal die Aktiv- und Passivseite. Auf der Aktivseite steht, was im Unternehmen an Vermögen vorhanden ist, an Vermögensgegenständen vorhanden ist. Das ist auf der einen Seite Anlagevermögen, Vermögensgegenstände, die dauerhaft im Unternehmen verbleiben sollen, die zum Betrieb des Unternehmens genutzt werden. Und auf der anderen Seite Umlaufvermögen, Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend im Unternehmen verbleiben. Und diese beiden großen Bereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen sind dann noch einmal unterteilt. Sie sehen das in § 266 Absatz 2. Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, beispielsweise entgeltlich erworbene Schutzrechte, Patente beispielsweise. Sachanlagen, dazu gehört das Betriebsgrundstück zum Beispiel oder auch andere Anlagen und Maschinen, technische Anlagen und Maschinen. Das gehört zu den Sachanlagen. Finanzanlagen, den Begriff hatten wir gerade eben schon gehört bei der Bewertung. Das sind beispielsweise Anteile an verbundenen Unternehmen. Das heißt, die Muttergesellschaft hält eine bestimmte Beteiligung an einer Tochtergesellschaft, die ihr dauerhaft einen Einfluss an der Tochtergesellschaft sichern soll. Auch das wäre Teil des Anlagevermögens. Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Rohhilfsbetriebsstoffe, Rohstoffe, die im Unternehmen weiterverarbeitet werden sollen, unfertige Erzeugnisse, Waren, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind. All das gehört zum Umlaufvermögen. Aber zum Umlaufvermögen gehören auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beispielsweise. Denn diese Forderungen bleiben auch nur vorübergehend im Unternehmen. Sie sind ja dazu bestimmt, dass sie bezahlt werden, erlöschen und damit aus dem Vermögen wieder ausscheiden. Auch das also Teil des Umlaufvermögens. Und der Kassenbestand, das Kontoguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, das heißt also das Barvermögen, Bargeld und auch das Buchgeld bei Kreditinstituten. Auch das gehört zum Umlaufvermögen. Und für jeden Posten dieser Bilanz wird ein eigenes Konto geführt und jeder Geschäftsvorfall wird dann gegebenenfalls, wenn das betreffende Konto betroffen ist, auf diesem Konto erfasst. Und das Gleiche dann auch für die Passivseite. Da haben wir das Eigenkapital, gezeichnetes Kapital bei den Kapitalgesellschaften, das heißt das Stamm- oder Grundkapital, verschiedene Rücklagen. Aber eben auch der Gewinn beziehungsweise Verlust gehört zum Eigenkapital dazu. An der Stelle wird dann gewissermaßen das Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz überführt. Rückstellungen, da haben Sie schon kennengelernt, die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen und die Verbindlichkeiten. Der Oberbegriff für Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist der der Schulden. Bei den Verbindlichkeiten kann es sich zum Beispiel handeln um solche aus Lieferungen und Leistungen. Der Kaufmann hat seinerseits Waren von einem anderen Unternehmer geliefert bekommen, schuldet dafür den Kaufpreis. Das wäre eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, etwa aus der Aufnahme eines Darlehens. Und auch zu den einzelnen Posten der Passivseite werden Konten geführt und was die Gewinn- und Verlustrechnung anbelangt, auch da finden Sie für Kapitalgesellschaften, aber auch Unternehmen anderer Rechtsformen orientieren sich zumindest daran in § 275 eine Übersicht über die einzelnen Bestandteile der Gewinn- und Verlustrechnung und zu diesen einzelnen Posten werden dann je nachdem Aufwands- beziehungsweise Ertragskonten geführt, zum Beispiel in § 275 Absatz 2 Nummer 1 die Umsatzerlöse. Das heißt, der Ertrag aus einem Umsatzgeschäft, etwa aus der Lieferung, aus der Bezahlung des Kaufpreises für die Lieferung von Waren. Das wäre ein Umsatzerlös. Materialaufwand, man verarbeitet Rohstoffe für die Herstellung von Waren, Personalaufwand, Löhne und Gehälter beispielsweise und verschiedene andere Posten, die ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen will. Wir schauen uns die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung später noch genauer an. Also zu jedem einzelnen Posten der Bilanz und auch der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein eigenes Konto geführt. Bei der Bilanz sind das aktive beziehungsweise passive Bestandskonten. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung sind das Aufwandsertragskonten und jeder Geschäftsvorfall, der im Unternehmen sich ereignet, wird auf mindestens zwei Konten erfasst. Für diese Konten hat sich eingebürgert, dass man ähnlich wie bei der Bilanz zwei Seiten hat, nämlich einmal die Soll-Seite und einmal die Haben-Seite, Soll-Seite auf der linken Seite und rechts ist die Haben-Seite und auf dieser Soll-Seite wird erfasst zum einen eine Erhöhung der Aktivposten. Wenn man also auf einem Aktivkonto einen Zugang hat zum Beispiel, ein Kunde hat auf das Bankkonto Geld überwiesen, das Bankguthaben ist Teil des Umlaufvermögens auf der Aktivseite, dafür wird ein eigenes Konto, Bankguthaben geführt und wenn ein Kunde den Kaufpreis auf das Bankkonto überwiesen hat, würde das auf der Aktivseite des entsprechenden aktiven Bestandskontos, Bankkonto erfasst. Darüber hinaus werden auf der Soll-Seite bei den passiven Bestandskonten erfasst Minderungen der Passivposten, wenn beispielsweise eine Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten, also eine Darlehensverbindlichkeit teilweise zurückgeführt worden ist, würde das ebenfalls auf der Soll-Seite des entsprechenden Kontos Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ein passives Bestandskonto erfasst. Wir machen wie gesagt im nächsten Teil dazu noch Beispiele, dann wird es für Sie etwas plastischer und bei den Bestandskonten wird auf der rechten Seite dann sozusagen spiegelbildlich erfasst, auf der Habenseite bei den aktiven Bestandskonten eine Minderung des betreffenden Aktivpostens, zum Beispiel der Unternehmer hat Waren aus seinem Warenbestand geliefert, die haben also das Unternehmen verlassen, das würde zu einer Erfassung auf der Habenseite des entsprechenden aktiven Bestandskontos Waren führen und eine Erhöhung der Passivposten, zum Beispiel der Kaufmann hat seinen Kredit gegenüber der Bank erhöht, hat zusätzlichen Kredit aufgenommen, das würde auf dem entsprechenden passiven Bestandskonto Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf der Habenseite in Gestalt einer Erhöhung des entsprechenden Postens erfasst. Und Aufwandsertragskonten, da ist in der Regel aber nur eine Seite betroffen, nämlich bei den Aufwandskonten werden erfasst Erhöhungen von Aufwendungen, zum Beispiel der Kaufmann hat Löhne an seine Arbeitnehmer gezahlt, das wäre also Lohnaufwand, das würde auf dem entsprechenden Aufwandskonto auf der Sollseite, auf der linken Seite also erfasst, Erhöhung der Aufwendung und Erhöhungen der Erträge. Der Kaufmann hat aus der Lieferung von Waren einen Erlös erzielt, einen Kaufpreis gezahlt bekommen, das würde dann bei den Umsatzerlösen auf der Habenseite, bei dem Konto Umsatzerlöse auf der Habenseite erfasst. Das werden wir uns dann aber noch einmal genau anhand konkreter Beispiele, konkreter Geschäftsvorfälle im nächsten Teil der Vorlesung anschauen. Das also zunächst einmal als Überblick, doppelte Buchführung, Aufteilung des gesamten Jahresabschlusses Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in Konten, Bestandskonten, Aufwandsertragskonten oder Erfolgskonten, sagt man auch als Oberbegriff für Aufwandertragkonten und jedes Konto hat eine Soll- eine Habenseite. Der zweite Aspekt der doppelten Buchführung ist, dass wir eben nicht nur eine Gewinnermittlung durch den Vermögensvergleich in der Bilanz haben, sondern zugleich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung durch die Aufwendungen und Erträge. Der Jahresabschluss besteht eben nicht nur aus der Bilanz, sondern eben auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanz ist zeitpunktbezogen, zeigt also, welches Vermögen ist am Abschlussstichtag im Unternehmen vorhanden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist zeitraumbezogen. Sie gibt alle Aufwendungen und Erträge des zurückliegenden Geschäftsjahres wieder und beides zusammenbildet den Jahresabschluss und über den Eigenkapitalposten Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag Gewinn-Verlust wird gewissermaßen die Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz integriert. Die Buchführung und Bilanzierung dient der Gewinnermittlung, sowohl handelsbilanzrechtlich als auch steuerrechtlich. Im Steuerrecht ist das ja der zentrale Zweck der Steuerbilanz und der Buchführung und Bilanzierung. Aber auch im Handelsrecht dient die Bilanz jedenfalls auch der Gewinnermittlung. Gerade bei Personengesellschaften, bei Kapitalgesellschaften ist das wichtig. Im Handelsrecht gibt es aber keine gesetzliche Definition, keine besondere gesetzliche Regelung, was unter dem Gewinn zu verstehen ist. Und es gibt auch keine speziellen Vorschriften zur Abgrenzung zwischen der unternehmerischen und der privaten Vermögenssphäre des Kaufmanns. In die Bilanz ist nur dasjenige Vermögen, auch in der Handelsbilanz nur dasjenige Vermögen, nur diejenigen Vermögensgegenstände aufzunehmen, die zum Unternehmen des Kaufmanns gehören, nicht dagegen solche Vermögensgegenstände, die er privat nutzt. Dafür gibt es aber keine besondere gesetzliche Regelung im Handelsrecht. Das heißt also, das sind letztendlich ungeschriebene Grundsätze, nach denen man diese Aufteilung vornimmt. Im Steuerrecht dagegen gibt es eine gesetzliche Regelung, zunächst einmal bezüglich des Gewinnbegriffs und dann aber auch für die Abgrenzung zwischen der betrieblichen und der privaten oder nicht betrieblichen Sphäre des Steuerpflichtigen. Paragraph 4 Absatz 1 Satz 1 ESTG enthält ja eine Definition des Gewinns im steuerlichen Sinne bei den sogenannten Gewinneinkünften. Das sind alle Einkünfte, die aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit hervorgehen, aus Gewerbebetrieb, aber auch Landforstwirtschaft und selbstständiger Arbeit. Und für diese sogenannten Gewinneinkünfte sagt Paragraph 4 Absatz 1 Satz 1 ESTG, Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des betreffenden Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, also der sogenannte Betriebsvermögensvergleich. Und Betriebsvermögen meint Reihenvermögen, das heißt also das Aktivvermögen abzüglich der Schulden. Das, was da als Residualgröße, als Restgröße übrig bleibt, ist das Reihenvermögen und das ist gemeint mit Betriebsvermögen im Sinne des Paragraphen 4 oder auch anders bezeichnet das Eigenkapital. Da haben wir also eine Definition des Gewinnbegriffs und wir haben dann in Paragraph 5, den Sie schon kennengelernt haben, Paragraph 5 ESTG, Maßgeblichkeitsgrundsatz, die Regelung, dass bei Gewerbetreibenden, die buchführungspflichtig sind, für diesen Betriebsvermögensvergleich maßgeblich sind, die Grundsätze, die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Das heißt also, anders gesagt, der steuerlichen Gewinnermittlung wird die Handelsbilanz zugrunde gelegt. Wir haben aber gerade im vorhergehenden Abschnitt schon gesehen, dass die Handelsbilanz dann um eine ganze Reihe von steuerlichen Sondervorschriften modifiziert werden muss. Dazu nochmal das Beispiel des Einzelkaufmanns A. Seine Bilanz zum 31.12.2018 sieht so aus, dass er auf der Aktivseite Vermögensgegenstände bzw. steuerrechtliche Wirtschaftsgüter im Umfang von 300.000 Euro hat. Dem stehen gegenüber Schulden, das heißt Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Umfang von 250.000 Euro. Und die Restgröße, das ist dann das Betriebsvermögen, das Reihenvermögen ist 50.000. Das ist also das Betriebsvermögen zum Ende des Jahres 2018. Wir unterstellen mal, das Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch. Und am 31.12.2019 sieht die Bilanz so aus, dass wir jetzt Aktivvermögen im Umfang von 690.000 haben. Dem stehen jetzt gegenüber Verbindlichkeiten, Schulden in Höhe von 630.000. Der Differenzbetrag, das ist eben das Reihenvermögen, das Betriebsvermögen im Sinne des Paragrafen 4 EStG ist 60.000. Sie sehen also, wir haben jetzt ein um 10.000 höheres Betriebsvermögen als im zurückliegenden Wirtschaftsjahr. Und das bedeutet, wir haben dann einen steuerlichen Gewinn von 10.000 und wir unterstellen mal, dass es hier in diesem Beispiel keine Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz gibt. Das wäre dann dementsprechend auch der handelsbilanzrechtliche Gewinn. Wichtig aber vor allen Dingen für die Besteuerung. Das wäre also der steuerliche Gewinn, der sich im Wege eines bilanziellen Betriebsvermögensvergleichs ergibt, wenn wir erstens Gewinneinkünfte haben und zweitens, wenn der betreffende Steuerpflichtige Gewerbetreibender ist, was bei unserem Kaufmann der Fall ist. Im Steuerrecht ist wichtig, im Handelsrecht auch, aber im Steuerrecht noch wichtiger, die Unterscheidung zwischen dem betrieblichen und dem privaten Vermögensbereich. In diesem Betriebsvermögensvergleich, wie die Bezeichnung schon sagt, fließt nur das Betriebsvermögen ein. Das heißt, nur diejenigen Wirtschaftsgüter, die zum Betrieb des Kaufmanns gehören, die zu seiner unternehmerischen Sphäre gehören, nicht einbezogen werden diejenigen Wirtschaftsgüter, die privat genutzt werden. Man muss also eine sorgfältige Unterscheidung vornehmen zwischen dem betrieblichen und dem nicht betrieblichen Bereich. Und das gilt auch für Vermögenszuflüsse und Vermögensabflüsse, die im Laufe des Wirtschaftsjahres eingetreten sind. Da muss man sich auch die Herkunft oder das Ziel dieser Zu- bzw. Abflüsse anschauen. Wenn Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen des Kaufmanns wandern, dann führt das ja nicht dazu, dass sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kaufmanns des Steuerpflichtigen mindert, sondern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat sich ja zunächst einmal in dem Betriebsvermögen wieder gespiegelt, das möglicherweise sich im Vergleich zum zurückliegenden Wirtschaftsjahr erhöht hat. Und diese Erhöhung, die wird nicht dadurch nachträglich geschmälert, dass Teile des Betriebsvermögens dann in den privaten Bereich oder nichtbetrieblichen Bereich überführt werden. Das heißt also, solche Entnahmen, das sind also Überführungen aus dem betrieblichen in den nichtbetrieblichen, vor allen Dingen in dem privaten Bereich, dürfen den steuerlichen Gewinn nicht mindern. Und umgekehrt, wenn der Kaufmann aus seinem Privatvermögen etwas in die betriebliche Sphäre überführt, dann steigert das die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht. Die wird nur gesteigert durch Ergebnisse oder Erträge, Vermögenszuwächse, die das Ergebnis einer Betätigung auf einem externen Markt sind. Und das ist Ausdruck einer gesteigerten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, nicht dagegen Vermögenszuwächse, die aus der privaten Sphäre des Kaufmanns herrühren. Solche Einlagen dürfen dementsprechend den steuerlichen Gewinn nicht erhöhen. Um solche Vermögensbewegungen zwischen der privaten oder nichtbetrieblichen Sphäre und der betrieblichen Sphäre muss der Gewinn für steuerliche Zwecke bereinigt werden. Es soll nur erfasst werden, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die kommt nur dadurch zum Ausdruck, darin zum Ausdruck, was der Kaufmann durch die wirtschaftliche Betätigung auf einem externen Markt mehr an Vermögen erwirtschaftet hat, nicht dagegen etwas, was mit dem privaten Bereich des Kaufmanns oder dem nichtbetrieblichen Bereich zu tun hat. Dementsprechend müssen Einlagen in Abzug gebracht werden und Entnahmen hinzugerechnet werden und das ist für das Steuerrecht auch ausdrücklich geregelt in § 4 Absatz 1 ESTG. Da finden Sie also Regelungen über die Einlagen und Entnahmen. § 4 Absatz 1 ESTG sagt, Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen, die werden also hinzugerechnet, weil sie den steuerlichen Gewinn, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gemindert haben und vermindert um den Wert der Einlagen, Vermögenszuführungen aus dem privaten Bereich, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht erhöht haben und dementsprechend auch den steuerlichen Gewinn nicht erhöhen dürfen. Also Bereinigung um Entnahmen und Einlagen für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung. Dieser Betriebsvermögensvergleich muss im Grundsatz durchgeführt werden von allen Steuerpflichtigen, die Gewinneinkünfte haben, das heißt nicht nur von Gewerbetreibenden, sondern im Grundsatz auch von Land- und Forstwirten und auch von selbstständig Tätigen, beispielsweise Freiberufern, Rechtsanwälte, Steuerberater, die müssen grundsätzlich alle diesen Betriebsvermögensvergleich durchführen. Das Maßgeblichkeitsprinzip, das heißt also die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz oder genauer der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, das ist in § 5 allerdings nur für Gewerbetreibende vorgeschrieben, das heißt im Grundsatz nicht für Land- und Forstwirte und auch nicht für Freiberufle, für Steuerpflichtige mit einer selbstständigen Arbeit im Sinne des § 18 ESTG. Für die ist also an sich diese Anwendung der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nicht vorgeschrieben und diese Steuerpflichtigen führen ja auch für handelsrechtliche Zwecke üblicherweise keine Bilanz, weil sie keine Kaufleute sind. Dementsprechend also konsequenterweise bei Steuerpflichtigen, die nicht Gewerbetreibende sind, keine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, sondern also sozusagen ein Betriebsvermögensvergleich losgelöst vor den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Zumindest theoretisch in der Praxis, wenn wir überhaupt mal Freiberufler oder Landforstwirte haben, die bilanzieren, dann machen sie das in der Praxis doch nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Zwingend verpflichtend ist das allerdings nicht. Bezüglich der Entnahmen und Einlagen, die wir gerade im Steuerrecht uns schon einmal angeschaut haben, gibt es im Handelsrecht keine explizite Regelung, etwa eine Begriffsbestimmung von Entnahmen und Einlagen. Es gibt nur Einzelregelungen für Personenhandelsgesellschaften und auch für Kapitalgesellschaften, was sowohl Einlagen als auch vor allen Dingen Entnahmen anbelangt. Da finden Sie also einzelne Regelungen für Personenhandelsgesellschaften. Paragraf 121 HGB sagt, bei der Berechnung des nach Absatz 1 einem Gesellschafter zukommenden Gewinnanteils werden Leistungen, die der Gesellschafter im Laufe des Geschäftsjahres als Einlage gemacht hat, berücksichtigt und wenn der Gesellschafter Geld aus seinem Kapitalanteil entnommen hat im Laufe des Geschäftsjahres, so werden die entnommenen Beträge ebenfalls berücksichtigt. Das heißt also auch hier sehen Sie, dass solche Vermögensbewegungen zwischen dem privaten und dem betrieblichen, dem Gesellschaftsbereich berücksichtigt werden, gewissermaßen bei Entnahmen auf den Gewinn angerechnet werden. Da haben Sie also eine rudimentäre Regelung von Einlagen und Entnahmen, also aber keine ins Detail gehende Regelung, auch keine Begriffsbestimmung. Paragraf 122 regelt das grundsätzliche Recht jedes Gesellschafters vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Gesellschaftsvertrag aus der Gesellschaftskasse Geld bis zum Betrag von 4500 zu erheben, dementsprechend zu entnehmen. Also ein Entnahmerecht jedes Gesellschafters einer OHG und auch KG, Kommanditgesellschaft, jedenfalls dort für die persönlich haftenden Gesellschafter. Paragraf 169 HGB erklärt diese Regelung, das Entnahmerecht aber auch anwendbar auf den Kommanditisten. Der hat also auch ein Entnahmerecht vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Gesellschaftsvertrag. Für die Kapitalgesellschaften ist für die Entnahmen vor allen Dingen relevant Paragraf 30 GmbH-Gesetz für die GmbH, Paragraf 57 Aktiengesetz für die Aktiengesellschaft. Bei den Kapitalgesellschaften ist dieses Entnahmerecht sehr stark beschränkt, vor allen Dingen bei den Aktiengesellschaften. Da besteht ein Verbot der Einlagenrückgewähr und vor der Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionäre nur der Bilanzgewinn verteilt werden. Das heißt also, wir haben hier kein Entnahmerecht, sondern an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf bei der Aktiengesellschaft nur der Bilanzgewinn. Bei der GmbH etwas lockerer die Regelung. Da muss nur das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen in der Gesellschaft verbleiben. Das heißt also, es dürfen Ausschüttungen an die Gesellschafter geleistet werden oder anders gesagt, es dürfen Entnahmen seitens der Gesellschafter aus dem Gesellschaftsvermögen vorgenommen werden, solange keine Unterbilanz entsteht, solange also das verbleibende Vermögen der Gesellschaft noch zur Deckung des Stammkapitals ausreicht. Auch hier ist entscheidend, dass Reihenvermögen nach der Handelsbilanz der GmbH aktiver abzüglich Schulden und der Restbetrag muss mindestens dem Betrag des Stammkapitals entsprechen, bei der regulären GmbH mindestens 25.000 Euro. Und nur wenn das der Fall ist, beziehungsweise auch noch nach einer Ausschüttung, einer Entnahme, wenn man so will, der Fall ist, darf eine solche Ausschüttung, darf also eine Entnahme erfolgen. Das also zum Schutz der Gläubiger, weil wir bei den Kapitalgesellschaften, wie Sie wissen, keine persönliche Haftung der Gesellschafter haben. Deswegen hier also eine strengere Kapitalbildung und eine sehr restriktive Randhabung von Ausschüttungen oder Entnahmen der Gesellschafter. Im Steuerrecht haben wir dagegen eine recht detaillierte Regelung zu Entnahmen und Einlagen. Ich hatte gerade schon die Regelung des 4 Absatz 1 Satz 1 Ihnen vorgestellt, wonach Entnahmen hinzuzurechnen und Einlagen in Abzug zu bringen sind. Die dürfen den steuerlichen Gewinn nicht mindern, beziehungsweise nicht erhöhen. Sie finden im Paragrafen 4 darüber hinaus auch eine Definition des Begriffs der Entnahme und der Einlage. An der Stelle werden wir dann in der nächsten Stunde weitermachen. Da schauen wir uns noch einmal genauer an, diese Entnahmen und Einlagen im Steuerrecht. Die Abgrenzung also zwischen dem Betrieblichen und dem Nichtbetrieblichen, dem privaten Bereich des Steuerpflichtigen. Ja, bis dahin für heute. Wir sehen uns dann erst im neuen Jahr wieder am Dienstag, dem 5. Januar 2021 zur gewohnten Uhrzeit. Die nächste Stunde der Vorlesung Bilanzrecht. Ich wünsche Ihnen erst einmal erholsame Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen alle, dass das neue Jahr besser wird als das alte, das man also am liebsten wieder vergessen würde. Das war alles nicht so schön im zurückliegenden Jahr. Also hoffen wir alle, dass und ich wünsche Ihnen, dass das nächste Jahr besser wird. Ihnen also alles Gute für die Weihnachtstage und für das neue Jahr und wir sehen uns dann in neuer Frische wieder am 5. Januar 2021. Alles Gute, bis dann.